wir sind wieder am start und wie ihr seht gibt es dieses mal ein bisschen hammer action ich habe auch noch mal zwei röntgen gezockt um mich da ein bisschen einzuspielen aber moment wir müssen uns das natürlich auch noch mal anschauen das ist der zyklohammer 1 160er angriff grüne schärfe keine affinität ich habe noch mal einen zusätzlichen verteidigungs bonus reingepackt damit der schaden den wir dann fressen bisschen geringer ist die waffe hatten wir vorhin auch gesehen und wir springen einfach mal in die randale der blaue apex rein und gucken mal was da am ende bei rum kommt hauptbelohnung sind meritenschein zwei drei oder vier stück schauen wir einfach mal brauchen wir für die randale quest von daher ist das auch recht wichtig wir nehmen tranken mit teleporter falls wir noch mal zurück müssen und ein bisschen was zu essen um die ausdauer wieder herzustellen das ding ist auf jeden fall schon in vollem gange ok ich muss jetzt hier noch mal genau da drauf switchen und dem vogel noch meine mitgegeben 130er schaden als letzten finisher ist natürlich sehr schick und kommt ach der ist bedient und ok worden material fast bombe oder feuer fast sehr schön wir sind sogar in der nee das ist doch nicht der der apple sehr schön schön uppercut der dies und auch und da haben wir dieses komische kondom würmchen hier haben wir nur ein mit geben können und wenn es blau ist schiff zu früh aber da konnten wir wenigstens noch einen haken geben wenn er blau ist machen wir so einen schönen uppercut womit wir die dann auch betäuben können das wollte ich eigentlich nicht aber kondomwurm ist nicht am start von daher lassen sie ihn einfach mal gegen die wand laufen und er dies und ich glaube nicht dass das schon die letzte welle ist so drehen wir einmal und mit schmackes draufhauen schauen aber nee uppercut können wir nicht machen weil der grad abhaut aber die welle scheint okay da kommt noch mal so hier müssen wir automatisch machen damit dann auch jemand das ding bedient von den npcs dann muss sich dort kein spieler hinstellen und da haben wir ihm auch noch mal schön mitgegeben da machen wir den dreifachen wirbel er hat uns aber auch noch mal eine mitgegeben die drecksau so dann machen wir da auch noch mal einen drauf den bär habe ich gar nicht gesehen dafür ist jetzt abgehauen und da haben wir 441 sehr schön uppercut wir müssen irgendeinen fetten wach drin haben weil das sind zahlen die habe ich bislang noch nicht gesehen und der hammer ist jetzt auch nicht so hoch aufgewertet laufen wir hier mal hinterher und dem geben wir noch mal hinten einen auf den arsch noch mal einen auf den arsch das muss glaube ich mit der randale zusammenhängt weil das sind auf jeden fall keine normalen zahlen wäre schön wenn es zum jetzigen stand schon solche zahlen wären die ich regelmäßig mache aber das ist definitiv nicht so aber schön solche zahlen zu sehen da waren dann neuner zahlen dabei da müssen wir noch mal warten bis der weiß ist so und jetzt wieder ein 500er hinterher wenn man solche zahlen sieht macht das natürlich auch schon deutlich spaß so zweite welle abgewehrt wunderbar verbesserte bastille war das glaube ich sogar auch und packen wir die einfach dahin da hinten ist noch ein bisschen material sollten wir auf jeden fall mitnehmen und dann sind wir eigentlich auch bereit für die letzte welle der drachenspeer ist ready wunderbar aber das sieht doch hier so weit gut aus die platzieren paar fässer wo man dann schön drauf ballern kann um ein bisschen damage zu pushen aber das passt soweit alles nutzer eine waffe zum abwehren kriegen wir vielleicht noch hin sammle fundstücke haben wir geschafft wer wer mit kanon ab ok schauen wir mal das ist aber so ein bisschen glückssache wir haben auch nicht so viele kanon hier status anomalie kriegen wir nicht hin weil wir keine haben da müssen wir uns auf die dudes verlassen so hier setzen wir eben was neues hin dann packen wir doch noch mal davon eine hin so nee das den wollte ich eigentlich ersetzen jetzt ein bisschen schneller so neue hinsetzen dann hat hier auch volle hp und naja gift habe ich jetzt auch nicht so wirklich bock zu da habe ich mich von der fastbombe etwas treffen lassen da war jetzt der damage nicht ganz so hart ups da habe ich den knopf etwas zu früh losgelassen aber er wird hier von den fallen ordentlich bearbeitet das war jetzt komplett daneben wir müssen aber schnell dahin nicht dass die noch irgendwie ok das tor werden sie vermutlich nicht down machen aber je weniger schaden die drauf machen desto besser natürlich ok der dies und deswegen haben wir dort keinen schaden zugefügt akronom dies und auch ok wir haben neue mission erfüllt das ist schön ist quasi nur noch um mit kanon abwehren hier dies und auch wunderbar und da ist der Apex Azzurro oh ein bisschen was von der verteidigung ist verschwunden und die dreck sei läuft auch gleich direkt zum tor vor und springt auch noch dahin ok das habe ich bislang noch nie gesehen dass so ein tor demoliert wurde aber der hat das auch echt verdammt schnell gemacht ich habe im vorfeld gar nicht gesehen dass das tor irgendwie groß angekratzt war das hat er jetzt auch sehr schnell down bekommen hier sehen wir wieder etwas höhere schadenszahlen wunderbar da bevor ich den angriff gemacht hat bin ich noch ins rutschen gekommen und das führt dann quasi dazu dass wir dann abheben und dann schön am monster lang grinden und der hammer immer wieder drauf haut so einmal einmal auf die rosette gegeben wo 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 ich sehe gerade meine hp sieht nicht so geil aus ja der hat uns sogar noch knapp erwischt aber das gute ist wenn er uns im visier hat lässt er das tor in rühe ja wunderbar dann wird auch angegriffen von allen möglichen wo sehr schön aber da war die schadenzahl jetzt nicht ganz so hoch doch jetzt 600 herrlich noch schön die beine weggezogen aber der haut auch richtig rein mit seinem schaden wir sind ein wenig benommen die waffe wollte er nicht ziehen und dann noch mal schön zwischen die beine aber das hat keinen schaden gemacht wir sind ein bisschen item geilen hier schade da konnte ich jetzt nichts platzieren hier kann ich aber was die bomben die waffe konnte ich eben wieder nicht ziehen irgendwie müssen wir den doch mal bekommen also der sieht auch schon ein bisschen dran trainiert aus zumindest an den händen und da springt er weg 172 ist eigentlich ganz ordentlich aber hätte auch ruhig ein bisschen mehr sein können ich sehe es auch schon gerade fehler wie bei jedem mal die schärfe ist fast weg und wir sind gleich da müssen wir einfach mal ein bisschen gut er wurde von unserem paliko weil unser kann das auf jeden fall paralysiert ich muss aber hier schon wieder was einwerfen sonst liegen wir gleich im dreck mega tränke werden vielleicht ein bisschen geiler hier schöne schlag in die fressen da haben wir auch noch mal den kopf ein bisschen angekratzt das war sehr schön und wieder ins gesicht das war gut damit haben wir ein bisschen benommen gemacht die arme sind auf jeden fall schon ordentlich angeschlagen das war auch wieder eine schöne kombo die hände noch mal ordentlich in mitleidenschaft gezogen das ist schön durch das springen haut er auch noch mal eine etage höher wodurch wir dann auch gut den kopf treffen können er hat noch mal ein brüllen gemacht 650 sehr nice da hat es für den kopf nicht gereicht da haben wir nur den hintern erwischt und sehr schön doppelschlag auf den kopf da soll er mal in Ruhe sich austoben da sollte er sich umdrehen gut wir haben den kopf getroffen zwar auch schaden tassiert aber zumindest auch ein bisschen was angerichtet sehr schön ins taumeln gebracht da habe ich leicht verzogen schade so da haben wir ihn erwischt aber unseren kompagnon auch man hat gesehen wie er weggeflogen ist also wenn da in der unmittelbaren nähe gerade jemand steht passiert das durch die bodenwelle haben wir unseren angriff verloren ok den bär nicht erwischt aber dafür das kleinvieh sehr schön gut erwischt ok was macht ihr da voll verfehlt wir müssen uns da mal bei der Falle hinstellen dass wenn wir dann gleich angegriffen werden von irgendwo er zumindest noch mal unterbrochen wird ok gewischt wunderbar akronomen ist noch am start aber wir müssen jetzt hier mal Apex langsam in die knie zwingen oh shit das hat leider nicht mehr gepasst sehr schön ok akronomen wird beritten ok das war echt verdammt knapp ok folgen ist am start sehr schön und down ok also das war schon recht anspruchsvoll und weil er dann natürlich auch gut schaden macht schauen wir mal was die Apex form hier für items eigentlich sind das die dieselben items eventuell hat man noch ein plus dahinter dafür dass es quasi ein höherwertiges 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 ressource wollte ich sagen aber das passt nicht aber ein höherwertiges item ist was wir dann zum herstellen benötigen gut schauen wir mal wie es denn gleich weiter geht ob wir damit auch die Apex stufen freigeschaltet haben ich hatte im vorfeld auch nochmal aktuell Jägerrang 3 für einige Event Quests brauchen wir Jägerrang 4 um sie machen zu können für andere 8 aber wir haben nochmal eine Zwischensequenz some how will did will and the village is safe for now the Rampage how long do you think it's going to last hmm we don't know what the cause so it's hard to tell really we've been trying to figure it out for 100 years what Was ist das? Ich habe nie gesehen das eine before. Hinoa! Hinoa, was ist falsch? Hinoa, wo ist meine Königin? Wo ist meine Königin? Hinoa... ...searching... ...die Monster... ...die Harts! ...die Harts! Interessante Sequenz. Randale Abschluss Rang S. Sehr nice. Und wir haben hier ordentlich Scheine bekommen. Zwölf Scheine der Stufe 4. Sehr schön. Ein paar Dreier und so weiter. Ja, okay. Hier haben wir einen Edelstein. Sehr schön. Auch ein seltenes Item. Und unser Paliko hat Azurus Pelz Plus. Das ist die höherwertige Variante. Eingesammelt. Das ist auch in Ordnung. Von den gebrochenen Teilen haben wir Apex Bestien Clown. Also es sind schon ein paar andere Items und Ressourcen. Jäger Rang 4. Sehr schön. Das heißt Event Quests sind verfügbar. Dein Buddy Stufen Limit wurde freigeschaltet. Okay. Heißt das, er kommt jetzt auf eine höhere Stufe. Gildenkarten Titel, Zwischensequenz. Sehr schön. Auszeichnung erhalten. Apex Kurzschwert. Auf jeden Fall hat sich da einiges getan. Drachen Älteste gibt es hier auch. Also das Monster eben sah eigentlich auch cool aus. Frage, ist das gut? Ist das böse? Hier haben wir noch etwas. Gibt sie uns hier nochmal eine Quest? Ja, gibt sie. Firehammer Design. Okay. So, der hat doch bestimmt irgendwas für uns. Ein Item. Ne, eine Fun Quest. Oh, die erste Fun Quest. Und Akronom ist das. HR. Höherrangig. Ah, wir haben jetzt hier gleich ein paar mehr von ihm bekommen. Ist das alles Arena? Ne, also hier in der Arena habe ich noch nicht so viel gemacht. Auch die Herausforderung. Schauen wir mal. Jäger. Maximal zwei Spiele. Okay, Jäger dann vier. Das passt. Den haben wir ja jetzt. Von daher könnte man da schon mal das eine oder andere machen. So, was hat die Köchin? Nichts. So, dann hier die Händlerin. So, die will, dass wir mit ihr quatschen. Ja, die sagt Rang vier. Okay. Und ab Rang vier geht es hier los mit höherrangig. Das heißt, niederrangig ist jetzt vorbei. Wir haben hier noch zwei. Gut. Den Königs. Glutrot habe ich eben alleine gemacht. Ist auch nichts besonderes. Hatten wir schon gesehen. Baroth haben wir auch schon gesehen. Volvidon haben wir auch schon gesehen. Hier haben wir aber noch ein paar, die wir noch nicht gesehen haben. Randalek Quest. Höherrangig haben wir jetzt auch. Aber was haben wir jetzt hier in dem Bereich? Unten haben wir genau die Fang Quest. Ansonsten haben wir hier auch noch Side Quests, die wichtig sind. Azuros müssen wir auch fangen. Oder? Auf jeden Fall sieht man das an diesem komischen Icon. Aber was wollte ich? Groß Isushi. Okay, das sind eigentlich auch Monster, die wir schon kennen. Aber diesmal auf dem High Rank. Heißt aber auch für uns. Was? Okay, hier passiert gerade was. Na, das Ding wird immer größer. Oben ploppt es auch schon auf. Gut. Also einfach nur. Was fürs Auge. Gut. Nur weil das jetzt Isushis und Buggys sind, heißt das nicht, dass die jetzt auch ein Selbstläufer sind. Denn durch High Rank ist dann auch die Kraft der Monster ein bisschen angestiegen. Wir haben hier neue Foliere bekommen. Da können wir doch gleich mal schauen. Okay. Ne, das müssen wir woanders machen. Was ist es? Ja. Hat hier was zu erzählen. Ja, Dekoration und so weiter. Die bekommen wir jetzt von den Apexen. Sehr schön. Dekoration sind eigentlich nichts anderes als Sockel. Wir können jetzt auch welche schmieden. Sehr schön. Hier zum Beispiel. Ne, schauen wir mal. Genau, hier. Explosionswiderstand. Wir können das quasi dreimal aufwerten. Wenn wir aber ein Rüstungsteil haben, wo ein Explosionswiderstand drin ist, kein anderes Rüstungsteil das aufwerten kann, können wir dann die Dekoration nehmen, um halt den Explosionswiderstand auf die höchste Stufe zu bekommen. Hier können wir schon mal ein bisschen was herstellen. Das ist jetzt nicht die Welt. Botanica ist auch nice, wenn man ein Heel-Bild bauen möchte. Was wir uns aber anschauen wollen, ist einmal... Ah, hier haben wir jetzt... Also oben sieht man es jetzt. Niederrangig und Hochrangig. Bei Niederrangig haben wir jetzt alles schon gesehen. Okay. Bei Hochrangig noch nicht. Das ist das Kamura-Set. Man sieht auch, die Verteidigung ist höher. Wir haben bei Slots, haben wir jetzt zwei Sockel drin. Und hier haben wir auch zwei bis drei Bonis. Sehr schön. Hier haben wir das Leder-Set. Geologe, Hungerwiderstand, Botanica, Geologe, Spezialmunition. Okay. Aber zwei Items, wo nicht wirklich viel drin ist. Verteidigungs-Boost. Okay. Können wir auch nochmal eben schauen. Verteidigung wird erhöht. Das ist auch nicht verkehrt. Da gibt es auch schöne Tank-Builds. Also hier zum Beispiel ist Botanica komplett aufgewertet, wenn wir dieses Set tragen würden. Von daher brauchen wir keine Dekoration, um es zu maximieren. Bei Unbeeindruckt haben wir zwei von drei. Das heißt, eine Dekoration rein, damit das dann maximiert werden kann. Ihr habt, denke ich, das System verstanden. Gut. Dann müssen wir jetzt einige Monster auf High-Rank killen, um dann auch entsprechend das nutzen zu können. So, haben wir hier irgendwo schon... Ja, das sind die Vorstufen. Blaue Schärfe, 160er Angriff. Okay. Also einige Dinge sehen schon geil aus. Das hier. Nicht wirklich spektakulär, aber hat irgendwas. Da war auch ein Gift drauf. Das ist auch nicht verkehrt. Schauen wir mal hier. Kaloyaku. Da brauchen wir wahrscheinlich die High-Rank-Variante, um hier weiterzukommen. Und ansonsten... Knochenhammer. Das ist der Knochenprügler 2. Wir sind aber hier nach unten gegangen auf die 160er-Variante. Der hier wäre jetzt 170. Grüne Schärfe. Wir brauchen hier nur Knochen, aber die sind schnell gefarmt. Das wird dann nicht so das Problem sein. Ansonsten... Wir sind zwar ein bisschen weiter. Wir sehen aber nicht wirklich viel. Weil uns da noch einige Monster fehlen. Das ist der Randale-Baum. Agnosom-Federn plus. Dann wieder aus der High-Rank-Variante. Dann könnten wir den herstellen. Okay, gut. Also es gibt wieder eine Menge zu tun. Hier geht auch noch ein bisschen was ab. Genau, hier haben wir jetzt die Lotterie. Sehr schön. 500 Zenny investieren wir jetzt. Und wir bekommen Fallgrube. Sehr schön. Schockfalle. Auch nice. Giftfleisch. Faules Fleisch. Okay. Also die Fallen sind sehr cool. Weil wir jetzt auch sowieso ein paar Funquests haben. Hier in dem Bereich. Das ist auch noch Niederrang. Ich muss noch mal eben schauen. Da werden wir uns auch auf jeden Fall noch mal... Da werden wir auch noch mal eine Folge machen. Wo dann alle vier platt gemacht werden. Das ist dann auch der letzte Singleplayer-Part. Ansonsten... Hier auch noch mal mit ihr quatschen. Ja. Hier kriegen wir auch noch mal eine Jagd-Quest. Sehr schön. Dann können wir eigentlich... Mal in die High-Ranks rein schnuppern. Ähm... Da, 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 da. Ne. Da machen wir hier das Standard-Ding. Wo Paliko eventuell... Sehr schön. Dango-Trainer wurde ausgelöst. Heißt, am Ende bekommt Paliko auch mehr EP. Vorausgesetzt wir schaffen den ganzen Spaß. Was nehmen wir uns denn? Ähm... Frosch... Lungombi... Agnosom... Groß Buggy... Nehmen wir erstmal Groß Izushi. Der sollte jetzt nicht allzu schwer werden. Hoffe ich zumindest. Aber durch die ganzen Quests, die wir angenommen haben... Unten sieht man es jetzt. Wir haben drei verschiedene Seiten. Und wenn wir die Quests abschließen, kann es natürlich verschiedene Dinge geben. Okay, nichts gefunden. Müssen wir noch mal starten. Wir können Zutaten fürs Essen bekommen, dass wir dann auch das Essen ein bisschen erweitern können mit neuen Bonis. Dekoration, Designs, Dekorüstung, also alles mögliche könnte bei den Belohnungen dabei sein. Und natürlich auch Erweiterung für Buddy Plaza. Wir haben ja aktuell nur ein U-Boot. Wir können ein Paliko losjagen, um für uns zu farmen. Das Ganze lässt sich dann erweitern auf drei. Na, kann ich hier die erste Hilfe nicht nehmen? Okay, der Controller reagiert gerade nicht. Interessant. Beziehungsweise in der Truhe reagiert er nicht. Unser Jägerkollege hat ein Jagdohren. Das ist super. Aber läuft gerade ein wenig komisch. Beziehungsweise ist den Wasserfall runtergesprungen. Aber das ist ja auch kein Problem. Er hat ihn wahrscheinlich schon durch die erste Phase gekloppt. Ja, er sieht schon ein bisschen ratoniert aus. Könnte auch vielleicht sogar Phase 2, äh 3 oder 4 sein. Er ist am Fressen. So, einen schönen Uppercut. Unser Kollege ist auch weggeflogen, ist jetzt nochmal weggeflogen. Der wird uns wahrscheinlich richtig hassen, weil er durch uns jetzt ein bisschen durch die Gegend geflogen ist. Ja, ein bisschen spät, aber wir haben den Schlag noch gekriegt. Und Monster Hunter ist schon wieder abgestürzt. Das gibt's noch nicht. So, nun sind wir wieder back in business. Und hoffentlich kommt jetzt nicht schon wieder irgendein Problem daher. Das ist leider nicht dieselbe Gruppe wie vorher. Das Jagdhund fehlt. Aber schauen wir mal. Groß Izushi sollte jetzt hier nicht unbedingt das Problem werden, auch wenn es jetzt High Rank ist. Aber gleich der erste High Rank Kampf sollte uns jetzt nicht komplett vor Probleme setzen. Ah, ich merk grad, ich hab ja hier schon das zweite Lager freigeschaltet. Da hätten wir auch gleich zum zweiten Lager fliegen können oder porten können. Und dann wird der ganze Spaß hier ein bisschen kürzer gewesen. Aber mit den Seilkäfern geht das ja eigentlich recht zügig. Gerade dann, wenn wir drei Stück haben. Und dann konnten wir wenigstens einen schönen Opener machen. Okay, den... Ja, das war doch mal eine schöne Zahl. Okay, den Schwanz getroffen. Und jetzt machen wir den Wirbel drauf. Dreimal getroffen, wunderbar. Aber hier wartet noch jemand auf uns, der genau eine schöne Kopfnuss benötigt. Okay, der dritte Wirbel ging drauf, die anderen beiden nicht. Und dann brechen wir ihm einfach mal alles, was er so an Knochen hat. Und er verzieht sich. Okay. Jagen wir ihn mal hinterher. Wir haben einen kleinen Buff bekommen. Wunderbar. Hier bei denen gibt es auch nochmal einen kleinen Buff für die Ausdauer. Und da konnten wir ihm wieder ordentlich eine mitgeben. Einen kleinen Uppercut. Und wieder ins Taumeln gebracht. Sehr schön. Einen Kinnhaken. Alle anderen haben wir weggekickt. Sehr schön. Also mit dem Hammer kann man auch anderen richtig schön auf den Sack gehen. Da hat er sich nochmal weggedreht. Der erste Hieb ging durch. Hier ging auch wieder der erste Hieb durch, aber der zweite nicht. Ja. Da haben wir ihm nochmal eine neue Richtung mitgegeben. Und wunderbar. Beide haben gesessen. Ah, shit. Ich habe gehofft, dass er sich reindreht. Hat er auch getan, aber es hat nicht gereicht. Und er hat auch wieder nur einen Schlag gesessen. So. Er dreht sich jetzt. Wunderbar. Und da hat er sich genau im richtigen Moment umgedreht. Dann machen wir nochmal eben einen kleinen Move, bevor die Attacke komplett im Sand verläuft. Und wunderbar. Hat auch wieder gesessen. Ah, shit. Da hat er uns erwischt. Der Schaden, den wir hier kassieren, der geht auch. Shit. Das ist an den schweren Waffen so ein bisschen ungünstig. Wenn die einmal in Bewegung sind, können wir sie natürlich nicht so schnell aufhalten. Ah, da ist er auch nochmal abgehauen. Ah, da ist er auch nochmal abgehauen. Und hier nochmal einen schönen Wirbel ersten und zweiten getroffen. Jetzt wegstecken. Material einsammeln. Da haben wir wieder ein High Rank Material bekommen. Und den Wirbel nochmal drauf. Da auch nochmal den Kinnhaken zweimal gesetzt. Ah, shit. Da ist er nochmal im richtigen Moment abgehauen. Wieder ein High Rank Material bekommen. Sehr schön. Diese Sprungattacke könnte auch bei Großhager gut funktionieren. Weil Kopf ist ja anfällig. Ist in der Regel auch nicht unbedingt auf Bodenhöhe. Und wenn wir dann den Sprung machen, könnten wir ihm dann auch nochmal Schaden zuführen. Es wird auch definitiv noch ein paar Monster geben. So, er versucht abzuhauen. Und bekommt es auch gut hin. Also es wird auch bestimmt noch das ein oder andere Monster geben, wo ich vielleicht nochmal so einen kleinen Guide zu mache. Ähm, wenn ich das Monster denn vernünftig beherrsche. Und ganz genau weiß, wie es funktioniert. Da machen wir wieder den Wirbel. Wenn wir rutschen und dann quasi mit der gedrückten Schultertaste vorgehen, dann passiert das vollkommen automatisch. Funktioniert mit jeder Waffe. Nur das Aussehen ist ein bisschen anders. Aber der Effekt ist überall gleich. So, da machen wir einmal schön auf den Kopf was drauf. Zu früh gedrückt. Da haben wir nochmal einen Kollegen einen kleinen Flug verschafft. Nach erfolgreicher. Ups. So, jetzt aber. Genau. Beide haben gesessen. Und er ist down. Wunderbar. Das erste High Rank Monster platt gemacht. Sehr schön. Und. Ich wollte schon sagen, ohne Komplikationen. Aber klar, wir hatten am Anfang einen Absturz gehabt. Deswegen nicht ganz komplikationsfrei. Heißt aber auch, wir haben unsere erste Rüstung auf High Rank. Vom Aussehen her sind die eigentlich annähernd gleich. Ähm, nur die Farbe, Farbgebung müsste sich ändern. Bei World war es so, dass man dann drei Abstufungen hatte. Alpha, Beta und Gamma. Gamma hat man dann durch Event Quests bekommen. Oder besonders starke Variationen. Der Monster, keine Ahnung wie es hier ist. Können wir gleich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und dann wissen wir es. Wenn wir keinen Buchstaben dort sehen. Okay, das heißt auch nicht unbedingt, dass es dann keine Variationen gibt. Aber der Hammer hat auf jeden Fall seine Pflicht getan. Sehr schön. Und hier haben wir die Ausbeute. Unser Paliko hier unten war sehr fleißig. Der hat ein Pelz abkassiert. Zwei Schwänze. Und nochmal ein Pelz. Paliko Stufe 23. Herrlich. Im Dojo geht das mit dem Leveln auf jeden Fall deutlich schneller. Aber wenn wir natürlich mit einem Paliko unterwegs sind, leveln wir ihn natürlich auch passiv mit. Plus er hilft uns ja im Fight auch. Gerade der Geologe, wenn er dann noch das eine oder andere sammelt, bekommen wir dann auch mehr Ressourcen. Das ist auch nicht verkehrt. Gut. Dann schauen wir mal. Das ist das Isushi Set. 36er Rüstung. Sehr nice. Sieht eigentlich aus. Genau. Sieht gleich aus. Wir sehen jetzt hier Isushi Set S. Aber aktuell haben alle High Ranks die Stufe S. Aber was wir machen können ist, wir haben hier eine Verbesserung. Kritischer Blick. Erholungstempo. Okay. Gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Verbesserung. Deswegen sollten wir sie nehmen. Für was anderes hat es nicht mehr gereicht. Also auch hier werden wir am Anfang erstmal eine große Ansammlung von Schrott uns anziehen müssen. Ist nun mal so. Und dann später, wo es dann höchstwahrscheinlich so im Bereich 50, 60, 70 Verteidigung ist. Das sind dann wirklich die Dinge, die wir dann effektiv farmen werden. Gut. Okay. Was machen wir jetzt? Ich werde mir jetzt wahrscheinlich nochmal so ein paar niedrigrangige Quests hier vornehmen. Die kennen wir ja hier schon größtenteils. Deswegen werde ich die jetzt alle mal abschließen. Und die Monster, die wir hier sehen, werden wir sowieso im High Rank nochmal sehen. Da werden sie auch nochmal schwerer und anspruchsvoller werden. Von daher werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Ich farm nochmal ein bisschen. Und dann sehen wir uns natürlich zunächst mal wieder. Vielleicht machen wir dann nochmal die letzten Quests im Singleplayer. Damit wir dann nur noch High Rank im Multiplayer machen. Soweit der Plan. Schauen wir mal, ob er aufgeht. Und dann sehen wir dann gleich das 1-2-2-2-2-2-3-2-3-0-2-1-4-3-4-2-3-4-2-4-3-4-2-3-4-2-3-4-2-4-4-3-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-4-4-5-4-5-4-4-4-4-4-5. Vielen Dank.